Sogar mit mir ist es schwierig. Wir machen jedes Jahr mehrmals mit dem Samtzug in Samtbier, in anderen Bergen und in Oslo. Das ist eine große Herausforderung. Die Sitzung ist ein sehr guter Tempfer. Aber wir haben jetzt neue Menge und das ist eine gute Idee. Das ist eine große Herausforderung. Und das ist ein, was wir haben. Wir haben einen kleinen Ort, die wir haben. Das ist eine große Herausforderung für die Sitzung. Es ist eine große Herausforderung.